wieso ist mein pferd tot der nächste mal wo bist du denn mit dem pferd hier verstand hier wo ist einfach darum gekippt hier unten daher da unten da bist du wahrscheinlich angegriffen wurden ne ne ja stand der tour ich stand hier drin ja ja dann ist klar dann wird ein pferd angegriffen und hast ja das ist normal was tut ihr gerade gebaut ja müssen abwehren ja damit es nicht immer alles hier hoch läuft aber ich glaube wenn wir so große tore machen können auch stelle errichten die tiere das hatte ich gerade vor ich wollte hier schon einen kleinen abgeschirmten bereich bauen nun wie auch so rum hat sich nämlich auch vor für manche Fährchen das ist doch auch erst schon aber die Gegner um zu selten der Beichter unten ja warum was Spaß macht dann ist die zu holen macht dann auch jetzt was man nicht mehr sind glaube ich auch ich glaube auch nicht mehr und hat spaß noch 13 17 20 es gibt es 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 24 25 25 ein paar Läuern man hat man wohl schaden gekriegt also mpcs fehlen ja nicht nur so ein bisschen aber nur zum zu interagieren oder handeln vielleicht handeln mit besonderen wahren das ist schon ganz cool mit dem folgen hat der wolfram noch nicht so mpc ne leute holt ja wolfram gar nichts von der folgenden der wolfram folgt nicht dreck schwein eine dricks wolf so das folgen wenn ein sattel drauf ist von trotzdem kannst du dir auch voll und folgten sprichst der stein mich schon cool was noch nicht fertig ist versteht schon ein halber vielleicht mag er den haben ja einfach nicht man weiß es nicht wird es das pferd salami nennen sollen ja ja für jeden Fall wurde es zu solchen verarbeitet d was ist das denn ich wollte dir auch offen für die sind cool ich finde die doch nicht also muss ich erst mal wieder von mana trinke braun putzeln bündet ihr mein schwert ausleihen damit geht das relativ schnell wolfram wolfram den muss ich erst mal hier finden von scherpolf du noch mal geheilt werden möchtest wohl von wirst du wolfram wollte kuchen warte macht wolfram war halt neugierig was ist der gandalf denn hinten auf andere seite achso bitte was prickele ich hier noch mehr stein das sieht schon cool aus ich weiß nicht dass ich es immer noch reißen bei eigentlich gucken wir mal einen halben turm an das ist doch nicht besser aus bin hier unten sehen wir auch nicht viel besser aus auch der riebe gut die 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 tritten trinken du brauchst massig stein das problem ist ich habe noch keine stein treppen so dann kann ich das noch nicht weiter bauen das sieht sonst blöd aus der holztreppen reinbaust weiß ich kann jetzt nur so weit machen dass ich bis ich steintreppen die türen diagonal reinbauen eigentlich nicht genau was natürlich braucht der 22 ich hab nur 20 ist halt nicht immer so man könnte aber auch vielleicht eine steinmauer errichten brumm 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 ich hab so eine kleine holzpalisade so eine steinmauer wäre auch was und dann einfach so ein riesen tor da rein habe ich schon so eine um auch holz oder stein ganz nach aus dem reparatur stehen bauen das repariert die sachen alle automatischen mehr so ein reparaturband kommt jetzt hier raus ja ich hab das gerade ich hatte gar keine warte mal ich muss mal eben gucken kann ich dich schon bauen der turm so cool aus schon so ein bisschen oben rannt sich so ja er ist ja auch noch nicht fertig das soll ja noch über aber ich brauche auch eine steintreppe sonst kann ich oben nicht weiter bauen und dann kommt da so ein bisschen so irgendwo eine halbe plattform rein und zwischendingen und dann kommt dann weiter aber dafür bräuchte erstmal steintreppen muss ich erstmal steintreppen bauen können und sieht halt blöd aus war mit holztreppen die kannst du nicht so schön als wendeltreppen Lohasel äh ähm 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 war noch keiner oja ähm ähm ah ähm 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 Oh, oh, oh. wenn es hat das ding jetzt auch schon wenn ich fertig aber so kugelöcher die sehen irgendwie doof aus mal eben da raus was natürlich die wegsamt weggehauen das Fenster da raushauen dann weiter kann ich jetzt nicht bauen weil ich will die Treppe ist das dein Oger der da bei dir steht kleiner? ja klar ich habe ihn kleiner genannt ich bin klein so ein bisschen an WoW gelegen die großen Dicken diese untoten Viecher bei Hotz heißt er ja auch kleiner ich glaube bis hierhin kommt der gar nicht ne der kommt nur bis nach oben also da wo die Treppe hinführt achso also dieser Übergang deswegen wollte ich da unbedingt auch immer Schmieden haben ja das ist wahrscheinlich nicht verkehrt ne ich stört irgendwie dass der Ding nicht verbindet der anderen Seite macht er es komisch ja ich kann ja ja kann ich denn jetzt lernen die sind da oben die in welches wer tous hast du auch so dass wo sind deine ober ich glaube ich will dann irgendwo unten kann man nur ein sauberstaub ach also der leger nicht sehen Kleiner durch ob der Stil da steht einer im Weg stehen sie beide voll im Weg da jetzt kommt jetzt sein abgelaufen zu gelungen sein er hat den Weg geschickt also und er scheint jetzt gerade nämlich genau beim untergehen und meiner wollte hochgehen und beide standen knutschend aneinander er steht jetzt bei vielen bestimmt sich ein bisschen so hier kannst du defensiv aufpassen ist gut kleiner dann müsste ich werden wenn die eine Saffel kriegen würden ja ein Kopf ja da hält ich so in der Hand die hier ja dann wollte man irgendwie anklicken da steht aber kann ich nicht und mir steht wolfgang genau hier wobei mal zu dir laufen so support und follower da oben kommt er von wo oben hinter dir er steht jetzt genau hier naja ich glaube ich kann ihn nicht anklicken das so doofe aber jetzt kann ich den dafür jetzt dürftest du den doch tof manchmal muss nur halt nah sein und schreit stelle ich ihn auf passiv das finde ich einfacher da ist ja auch noch ein bisschen buggy ne wenn jetzt auf sitzt dann ist er genau da wo du bist ach so sagt sie ist jetzt hinten m ich setze ihn jetzt auf passiv also stehend stay passiv vielleicht besser noch laufen die sich entdeckt die sind so wo steht er jetzt noch oder wenn dründe Zack, zack. dark plasma klingt ja interessant hier ist so ein hirsch hier scheißig äh hier scheißig ja ich hab hier hört dann hol dir den bisher gleich wieder am jammern sie fehlt den bin zu hause dann hole ich mir den nein quatsch macht doch du wolltest ein reit hier da hinten ist mir so ein baumviech es ist so ein schuh aber die haben nur level ups wenn er mit den fighters sind ich glaube schon ich glaube schon ich glaube schon es ist so ein baumviech falls jemand eins haben möchte so ein baumangreifer auf dem und hier ist auch nochmal ein hirsch der ist ein bisschen gruselig irgendwie ein baumviech mit seinen grünen leuchtenden augen woher 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 ist und so was wie und das ich könnte treppen bauen ich könnte aber auch eine mana note machen extension zum manag generator bei playset mana note the mana note automatical connected itselfs ich könnte nämlich auch eine storage kabin machen passen da sachen dann rein ja das ist ein größeres ja dann lerne ich das doch erstmal ich glaube das ist besser mana note könnte ich auch noch erlernen ja und ich könnte treppen erlernen kann mich meist nicht entscheiden ehrlich gesagt ich kann mich da so saut in entscheidung feil wir haben ein uhr eins nur ja gleich ins bit ob ich will ja auch mal in der ja 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 aber Problem ist ich muss was musst du dann geht doch nachher will oder nicht hab da eh nicht viel zu melden Hallo Klai Envio Ja Hast du zwei Zwei was Zwei große Nein Okay dann ist einer gerade am fighten gegen den anderen großen und das ist nicht kleiner Ah ich seh's, der ist auf jeden Fall verwundet Hm, da rannt nämlich mal einer weg Ah ich seh'n Was tust du mit meinem Kollegen hier? Das ist über Level 28, okay Was ist der von Timelouse? Ah, achso, da war von Timelouse Ich denke, bekomme der Stein denn jetzt sehr Eigentlich ist die Mappe voll groß Warum ist Kleiner denn jetzt runtergekommen? Er kommt immer runter, wenn er nur ein bisschen in der Nähe ist Achso, weil er jetzt gefightet wurde, oder? Genau Weil du da drin verwickelt warst Ähm, ok Kleiner haut mal eben hier so Feen mit dem Stein nieder Das war ja wohl lustig Das war ja wohl lustig ich habe den auf stay defensiv deswegen wahrscheinlich ja wenn der follower setzen wieder mit nach oben kommt ist ja gut kleiner man ganz ruhig kleiner passt so kleiner da sitzt man nicht stehend wieder auf defensiv hast ist nicht alles so kann man das auch nicht sehen weiße jetzt habe ich natürlich mein sattel nicht mehr so ich könnte jetzt in mana brunnen setzen das werde ich jetzt einfach auch tun genau am besten neben dem kiel brunnen oder genau davor so zack gebaut komisch der hiel brunnen der steht auf 300 von 600 der mana brunnen auf 600 von 600 und einig zu bekommen und mann tierchen jetzt fest und gehen das wird gefunden dass er voll viel in der kiste nur so viel kiste zu tun marschett über den oberen ich muss noch ganz dringend wollen machen um ich kann er merken es bringt mein reitierchen auch nix ich habe zwei große schränke schon mal gebaut ich habe zwei große schränke schon mal gebaut wir passen da rein um durch ob ich jetzt selber nicht ausprobiert wie viele Reihen post uns schon mal gucken steht unten drinnen und die vier Kino in einer Prozent 800 was jetzt da hat sie hat 100 50 oder 200 und 200 und die Baustürt dieser 200 also 800 passen da rein ruhig ich muss mal mein Gerhard holen ja ich sollte können als sie nur so ein bisschen doof stellen weil die Kisten ich wollte jetzt nicht mit einem Raum haben die Kisten noch ein bisschen und platzen weg wer klar mehr kann ich nicht was mein Gerhard aus dem wasser holen bitte was mein Gerhard er hängt im wasser irgendwie wir haben wir ihn runter da mein Gerhard ich brauche hier steinchen da wohl ich schweb jetzt auf den mit meinem Gerhard auch noch lange bleibt brauche ich ja neue tunen eigentlich wollte ich eigentlich da hinten erkunden gehen aber jetzt wo ich erstmal so mein Rentier heißt Gerhard ok naja nö 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 ich kann wieder nichts herstellen na gut ich wollte die Folge jetzt eh beenden auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen fürs dabei sein fürs glücklich sein und so weiter und so fort und äh ich würde gerne was herstellen können aber hm ich kann die Rollen nicht mehr herstellen ich kann gar nichts herstellen naja auf jeden Fall viel lieben Dank GUNTO Tschüss 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 tschüss